Sie können es extrem gut sein. Schamant. Ja, sehr schamant. Du hast zum Glück auch ein paar Fotos gemacht auf deiner Bootstour. Eins wollen wir gleich mal zeigen. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt deiner Tour. Genau, Terule, ein kleines Kaff, 20 Einwohner am Kuhfuttermeer. Das war, glaube ich, früher die Kuhfurt, also wo die Kühe durchgetrieben wurden. Alte Scheune, jetzt ist es alles mögliche, Restaurant, Apartment. Vorne liegt eine dieser alten Boote, liebevoll restauriert. Heimatmuseum pur. Das hier ist ein Boot.